ok scheinbar ist das irgendwie ein anderer weg keine ahnung also wenn wir gucken uns das noch mal ganz in ruhe an jetzt noch mal ganz kurz um das zu verinnerlichen was ich ja eigentlich sehe wir sehen da oben irgendwie eine möglichkeit dann dahin zu springen theoretisch sich fallen zu lassen und darunter zu kommen und bla ok also es ist einfach nur ein anderer weg oder was ja kann sein ja das war jetzt weniger elegant aber nehmen wir müssen unter wasser da liegt munition wo ich bleibe echt ein bisschen blind oder wieso sehe ich das nicht so Lara dein Popolchen ist im weg ich sehe nix na warte ich speicher lieber ich habe keinen bock jetzt hier aufgespießt werden dann gibt sie da Lara schaschlik spieße ja also bei manchen spielen funktioniert das dass man da wirklich zwischen den stacheln landet aber bei manchen two brother teilen auch nicht da kannst du irgendwie landen wie du willst dann wirst du aufgespießt und dann war es das jetzt wieder zu also zeitabhängig hier wo war das jetzt hinten das ist doch ein sekret ja da muss ich dann doch schon mal okay jetzt ich verstehe jetzt muss ich wahrscheinlich damit ich nicht zu lange brauche muss ich da hinspringen wollte ich gerade sagen aber ja aber das muss schon so sein also ich muss da irgendwie irgendwie muss ich da springen wie schaffe ich das jetzt am besten so schaffe ich das am besten yes oh baby 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 das war da hier fantastisch das war jetzt schon wieder so ein richtiger sabbatum move hier perfekt so jetzt hier give me the secrets please was habe ich mir jetzt für dich in den Zoo wir haben einmal Munition wir haben einmal Munition hier leckumio gut dann können wir wieder zurück schwimmen die eine Tür durch die wir jetzt ja durch müssen die war ja irgendwie im Hauptraum oder zumindest hier wow der ganze Aufwand für ein bisschen Munition das war ja ein Traum aha da findet man die Magnum wenn man sie vorher noch nicht gefunden hatte ja gut das hat sich ja bei mir erübrigt ich habe ja eigentlich alles ne na gut dann hätte es sich sehr gelohnt dann ist ja okay dann werde ich mein Statement mal ganz vorsichtig zurückziehen wie bewertest du denn an finished business gefällst du findest du es eine sinnvolle Erweiterung findest du durchaus nett aber braucht man nicht einfach mal so deine Meinung zu dem Thema würde mich mal interessieren so da hinten geht es irgendwie weiter glaube ich auch was will ich mir mal da noch die was auch immer da jetzt lag was war denn das Munition oder äh ich kann doch einfach den machen das war hier von der Springerei ne das war noch besser Medikit Perfekt ich glaube da lag noch Munition ja so ich glaube mehr als alles andere hebe ich in diesem Spiel Munition auf ne und Schokoriegel obwohl ne äh bitte nix mit Schokoriegeln davon haben wir ja schon mal Bärbel Kroffke noch die hebt ja auch aus jedem versifften Ort der Welt irgendwelche alten Schokoriegel auf und es stört sie ja nicht ne wollen wir mal feststellen sie hier ich finde das ja sogar ganz geil aber übrigens Junan ich habe wir haben ja im vorletzten Stream oder war es letzter Stream haben wir irgendwie auf das Thema Asterix und Obelix gekommen neuen Filme ich habe sie tatsächlich gesehen äh ich habe sie tatsächlich gesehen und ich muss sagen also so als Kinderfilm ist der nett so ne also der war jetzt nicht der war jetzt nicht per se schlecht oder so muss man sagen ich finde die alten Filme trotzdem besser jetzt klingt zwar wieder so ein alter Sack aber ja also es war halt eher so ein bisschen kindlich lustig ne also ich muss sagen so die alten Filme hatten auch noch so einen gewissen Humor den auch Erwachsene genießen konnten wow das war elegant hier ich finde der weiteren klasse sie haben mir extrem viel Spaß gemacht hatte sie ja auch jetzt erst letztens selber durchgespielt ja die machen auch super viel Spaß also muss ich jetzt mal auch so direkt sagen gefallen tun sie mir schon ich meine ist ja auch ist ja auch eine coole Sache dass man ja nochmal ein paar Level hinterher wirft ne müsst ihr halt nur wissen zum Beispiel wie viel denn diese Erweiterung damals gekostet hat das würde mich mal interessieren ne also wenn es jetzt wirklich gar nicht so teuer war aber angenommen das hätte irgendwie neun Euro gekostet oder zehn Euro oder damals noch D-Mark wahrscheinlich ähm wäre ich voll dabei gewesen für zehn Euro 10-D-Mark wie auch immer ah komm lass mich in Ruhe was soll denn jetzt ich hab in der Wand weg äh ich hab in der Wand festgesteckt komm lass mich in Ruhe hat sich das jetzt wirklich gelohnt warte jetzt mal komm was Kills 28 von 31 aber das ist ein gutes Zeichen das heißt wir sind ja fast durch ne mit dem Level zumindest die Erweiterung gab es nur in der Premiere Edition die kam glaube ich 90 D-Mark oder so als Normalpreis zu der Zeit die Erweiterung gab es nie einzukaufen ok oh na dann ist das ja nochmal was anderes ja da kann ich mir schon vorstellen dass das extrem rar ist ne sorry ich kann einfach drauflaufen war nicht der Fall wenn das ja krass das ist ja krass ich meine ein nettes Schwanker für die Leute die mehr Geld ausgeben wollen dafür ne also aber schade dass es die wirklich nicht anderweitig gab so ich hab die Popcornfalle des Teufels überstanden dann wollen wir uns weiterbegeben ist doch jetzt nur Munition das ist noch nicht wahr also ist schön aber ich dachte ich komme weiter scheinbar nicht oder doch da oben ach guck mal jetzt kommen wir wieder in den Hauptraum tatsächlich das ist doch gut das ist doch sehr schön und man sieht natürlich klar gleich zwei Stück hier na komm her warum kann ich die anvisieren die sind noch näher oh das die Musik ist toll oh schön jetzt ist können wir einfach mal appreciaten wie gut die Tomb Raider Musik ist also es ist fantastisch einfach nur toll obwohl ich jetzt sagen muss ich persönlich mein Lieblingsstück ist und bleibt ja ist und bleibt wenn es violence also das ist einfach nur richtig fantastisch nein nein okay das Level läuft also sowas hinaus jetzt Achtung ich weiß wenn es noch ich machen muss Geronimo also habe ich anders geplant aber okay ich laufe den ganzen Weg um da rein zu kommen das ist ja interessant jippie oh krass oh krass jetzt sind wir da durchgeflutscht das ist ja mal richtig geiler sprung den will ich noch mal sehen der war geil das war jetzt echt belohnt das war jetzt echt belohnt das will ich noch mal sehen jippie ja gut ich müsste noch richtig anstehen ich schaffe das noch mal auf dem Thema Asterix klar sind die alten Filme besser wir sind damit aufgewachsen aber ich fand sie persönlich ganz amüsant ja und netze sind nicht so schlecht wie viele sagen und für Kinder besser gehalten als andere Filme die für Kinder sein sollten ja das stimmt also bin ich jetzt auch nicht leugnen ich 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 greife noch das Loch also irgendwie wird das noch funktionieren ja ich weiß auch nicht irgendwie gerade bin ich nicht sehr zielsicher also ich fand es ja auch sehr unterhaltsam so ist es ja nicht ne also ich glaube mein Favorit wird mein Favorit ist und bleibt einfach Asterix ja erobert's Rom oder was oder gegen Cäsar mit den Prüfungen das war einfach nur feinste Sahne so jetzt hier Achtung ist das nicht ist das nicht der Hammer das ist so geil ja das war so einer der spaßigsten Sprünge die ich immer bei Tomb Raider hatte haha geil schön und die Musik dazu ja ja ich meine eigentlich können wir ja froh sein dass sie hier die Musik in der Erweiterung hier öfter spielen als im Original ich muss ja immer so sagen die Musik ist einfach nur schön ich meine das ist immer das Schöne so Tomb Raider hat wirklich fantastische Musik und auch noch tollen Ambient Sound ich meine das macht halt schon was du sagst zum Beispiel dieses Herzklopfen und sowas das macht die Paranoid und so naja dieses Metall in der Klochen und so das hat schon was ne also muss man eigentlich mal sagen ah wir haben es geschafft Leute Alenteon Stronghold 30 von 31 ich habe sogar einen am Leben gelassen so nett bin ich aber Pickups haben wir 60 von 63 und wir haben beide Sekrete gefunden was ist denn da los nochmal sehen was jetzt für eine verrückte Scheiße kommt hier ich bin gespannt so was haben wir denn jetzt Feines wir haben die Brutstätte sozusagen hier das Nest der Stock je nachdem 41 Kills haben wir vor uns na dann wollen wir mal ich wusste mich schon mal aus was sehen meine Augen dort hinten meine müden Augen kennen wir das nicht von Escape from Dragon's Lair ist das nicht dieses wunderschöne ja oh Gott sogar mit dem Schachbrett das ist genau es ist genau das ich weine also irgendwer bei also sagen wir es so wild irgendwie irgendjemand bei Core Design liebt das wahrscheinlich hat ey ohne Mist ich habe so eine richtige Verschwörungstheorie Sabato hat bei Core Design gearbeitet ganz ehrlich der hat der hat sozusagen Escape from Dragon's Lair programmiert der hat das hier programmiert und jetzt hat er Sabato Stream wieder mal gemacht nicht nur bei Unfinish Business auch beim Originalteil wurde bei der Fassung die Musik hinzugefügt du hast damals die MS-DOS-Fassung gespielt da fehlt viel die wurde dann mit der CD-Fassung hinzugefügt ah ok oh jetzt muss ich aufpassen ja das ist doch umso schöner dass wir jetzt mit der Person ein bisschen mehr musikalische Unterstützung bekommen oh Mensch immer dieser immer diese Schachbrett-Rätsel wie oft muss ich die noch in meinem Leben machen ja wenigstens kommen sie jetzt immer von vorne oder also bis jetzt kommen sie von vorne das muss noch nichts heißen so hab ich ja alles abgearbeitet die kommen oh oh warte mal obwohl das ist gar nicht so blöd das kommt jetzt wirklich immer von vorne scheinbar und die Verschwörungstheorie mit Sabato hatte ich auch mal im Kopf die hat schon irgendwas findest du nicht also irgendwie also es ist ja irgendwie auffällig dass genau dieses Rätsel hier wirklich in jedem Two-Water-Teil auftaucht der potenziell mit Sabato in Verbindung stehen könnte wer weiß also kann das sein vielleicht hat Sabato damals gesagt ach ja komm Dragon Slayer war mir noch nicht einfach genug er war mir noch nicht schwer genug meine ich oh Lara hab ich jetzt eigentlich alles ja also ich will ja wirklich alles triggern das ist einfach nur das sicher das sicher Geronimo ne ne so war das nix also die hier fallen auch unterschiedlich ich dachte die fallen immer so ein zweiter weg aber gut da wäre es ja keine Gefahr wahrscheinlich ja klar weißt du das ist wieder so meine meine Intuition ich natürlich mache ich einen rückwärtsschritt genau dahin wo die Gefahr ist bleib stehen es ist wirklich es ist mir kann nix passieren sagt er und wurde überrollt ja ich habe leider keinen Rundumblick schön wär's ja so und jetzt ja komm ich weiß nicht Sabato ich habe dein Geheimnis durchschaut du kannst ruhig Sabato 1 bis 20 machen das ist alles okay aber ich weiß Bescheid ja du warst ein Mitarbeiter wenn du war ja sozusagen der Lead Designer ne was was haben wir jetzt ich bin doch durch die Ritze durchgeflutscht oder nicht wahrscheinlich nicht schnell genug ah das sind zwei auf einmal ja muss ich sagen es gehört nicht zu meinen Lieblingsrätsel habe ich jetzt schon bei Sabato 2 nicht so gefeiert oh ich dachte ich überlebe ich dachte ich überlebe wahrscheinlich warte mal wie muss ich das machen ich muss das nochmal angucken von wo fallen die Steine jetzt ach nee warte mal da kommen drei Steine auf einmal ach du scheiße das ist natürlich jetzt hier voll mobbing ich könnte es jetzt hier einfach ignorieren ich habe mich da irgendwie durchgekämpft ja könnte ich auch machen ja gut ich mache es noch ein bisschen zu schwer so Nummer 1 so ne ich wollte einfach nur das Ritze so machen wie es eigentlich intendiert war stirbst du mal hier kann mir ja nichts passieren also so so viel zum Thema durchcampen ich wollte wirklich so ich wollte wirklich Kachel für Kachel das machen wir aber gut wenn das Spiel so von mir möchte so jetzt wird nicht mit Munition gegeizt ja gut oh das war ein sehr schneller Musikwechsel gerade wollte sich die Musik irgendwie aufbauen dann haben wir schon dieses gehört tja holen wir uns erst lang gekachelte Raum gut jetzt ist ein weiße Kachelte Raum ich gehe mal hier lang ich folge mal der Fleischwand schöne Innendekoration wie eine Wittler war stolz ich habe schon sehr stylischer Wandstreifen muss man ehrlich mal sagen schon was sehr dekoratives so Nummer 2 ja das sieht doch schon mal alles fantastisch aus so lässt sich das Leben ja Tine Wittler Tine Wittler habe ich gesagt nicht Tine Titler auf hat was auch